Also ich fand es sehr schön. Ich bin sehr überzeugt worden auch von dem Ganzen. Also ich überlege tatsächlich auch eine Schulung zu buchen und mich da weiterzubilden. Ich finde das sowieso immer ganz, ganz wichtig, dass man auf dem neuesten Stand ist und neue Trends auch ein bisschen mitverfolgt. Mir hat es super gut gefallen, vor allen Dingen, weil ich einfach mal wieder was Neues kennenlernen durfte. Neue Methoden, neues Gerät, interessante Farbkombinationen und ich finde die Verena machte sehr überzeugend. Vielen Dank.